Gibt es? Super. Super, ja, mit Applaus beim Vortrag zum digitalen Euro und da habe ich jetzt schon mal nicht damit gerechnet, deswegen ist schon mal ein vielversprechender Start. Schön, dass ihr alle da seid und euch dem Thema auch widmet. Ja, mir ist es wichtig, zum Thema digitaler Euro zu sprechen. Wir haben hier ein Eventformat, das soll bewusst humorvoll kontrovers sein, deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass hier Themen auf der Agenda stehen, die auch so ein bisschen aus dem Bitcoin-Space der Bitcoin-Babe rausgehen. Wir haben heute schon über Krypto geredet, wir haben gestern über digitale Wertpapiere geredet und jetzt geht es eben zum Thema digitaler Euro, wo ich einfach, ja, einige der Mythen, der Vorurteile, die es gibt, ja, bewerten möchte, aber auch ganz klar aufzeigen sind, was aus meiner Sicht die Risiken sind, die es in dem Kontext auch gibt. Weil ich würde mich selber, wir haben vorhin die Taxonomie von Alex Bechtel gesehen, als er jemanden beschreiben, der ein Bitcoin-Realist ist, eher am optimistischeren Ende, aber auch jemand, der ein CBDC-Realist ist und dabei aber eher am pessimistischeren Ende. Also ihr werdet jetzt sicherlich nicht einen Pitch hören, dass CBDCs ganz toll sind, aber man muss einfach einige Fakten, die im Bitcoin-Space auch häufig kolportiert werden, mal etwas kritischer und etwas datenbasierter unter die Lupe nehmen und das ist zumindest mein Ziel, was ich mit dem Vortrag heute verfolge. Ja, zur Einführung, was ist eine digitale Zentralbankwährung? Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, ein gemeinsames Grundverständnis zu schaffen, weil hier doch sehr viele Missverständnisse herrschen. Also es haben aus meiner Sicht eine digitale Zentralbankwährung mit einer Kryptowährung oder einem Bitcoin an sich gar nichts zu tun. Das Einzige, was sie vielleicht gemeinsam haben, ist, dass sie digital sind, das war es dann aber auch schon. Also eine CBDC ist Fiat-Geld. Es ist keine Kryptowährung, die irgendeinen Wechselkurs irgendwo hat, es ist Fiat-Geld. Ein digitaler Euro wird ein Euro sein, es wird keinen anderen Wechselkurs geben und wenn eine solche digitale Zentralbankwährung in Europa kommt, wird man sie nutzen können für Zahlungen am Point of Sale, also wenn man ins Restaurant geht, wenn man in den Supermarkt geht, wenn man Freunden Geld schickt. Also es wird eine zusätzliche Bezahlmethode an der Stelle werden. Wie gesagt, wenn eine solche CBDC kommt, ist es noch nicht entschieden. Es ist so ein bisschen buchhalterisch eine Forderung gegenüber einer Zentralbank. Das klingt vielleicht etwas langweilig, aber das ist auch der Unterschied im Vergleich zu dem heutigen Geld, was wir kennen, zum Beispiel dem Geld auf dem Bankkonto, weil man hier eben eine Forderung gegenüber der Geschäftsbank hat. Und das macht dahingehenden Unterschied, dass Banken, wir kennen es aus der Vergangenheit, theoretisch pleite gehen können, Zentralbanken nicht. Sie können unbegrenzt Liquidität zur Verfügung stellen und dementsprechend hat so eine solche Geldform ein geringeres Risiko und deswegen ist auch so eine digitale Zentralbankwährung unter Bankern ein Thema, was sehr kritisch gesehen würde, weil es eigentlich aus Risikogesichtspunkten, wenn man das Fiat-System anschaut, das bessere Geld ist, wie gesagt, aus Fiat-Perspektive. Auch ganz klar aufzuzeigen, was eine CBDC nicht ist. Es ist kein knappes Geld. Also wenn man jetzt hier den Use Case von Bitcoin sucht, einen digitalen, zensurresistentes, knappes Geld, ist nicht die CBDC. Es ist auch nicht der Use Case einer CBDC. Ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist nicht dezentral geschöpft und validiert. Es steckt die Zentralbank dahinter. Auch hier, man hat andere Motive, andere Use Cases als für einen Bitcoin. Es ist nicht, wenig überraschend, unabhängig von Fiat-Währungen, weil es ist eine Fiat-Währung. Es ist gesetzliches Zahlungsmittel und es hat an sich auch nichts unbedingt mit Blockchain zu tun. Also man kann hier eine Blockchain-Infrastruktur als Basis nutzen, aber da reden wir jetzt nicht von so einer Blockchain, die permissionless wie Bitcoin ist, sondern eher anderen Chains, die dann in einem Permission-Setup ausgegeben werden. Also ich würde sagen, sicher nicht die Blockchain im Sinne der Bitcoiner. Und das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, worüber wir hier reden. Wir reden nicht von einem knappen, zensurresistenten, digitalen Asset, Vermögenswert Geld, sondern wir reden eher von einer digitalen, gesetzlichen Zahlungsmittel, was wie gesagt in Euro denominiert ist. Und das an sich wichtig klarzustellen, kann man davon halten, was man möchte, aber das sind erstmal die Fakten, wovon wir da in dem Kontext reden. Jetzt kann man sich fragen, warum die Europäische Zentralbank sich sowas überhaupt anschaut, die ja die Institutionen für die Geldpolitik für die Währung in der Eurozone ist. Und das sind vor allem zwei Themen. Ein Thema ist der Bereich strategische Autonomie. Das heißt, hier geht es darum, dass man in den letzten Jahren auch durch den Russland-Ukraine-Krieg gesehen hat, man kann leicht Länder vom Zahlungssystem ausschließen, siehe Russland. Also man hat sich hier beschlossen, hier im Zusammenhang beschlossen, Russland auszuschließen und dementsprechend war das Land vom einen auf anderen Tag abgeschnitten. Und das ist natürlich was, was man als Jurisdiktion selbst nicht möchte, weil man braucht Geld, man muss mit dem Geld hantieren können, man möchte auch selber sagen, wann man im Endeffekt Teil eines Ganzen ist. Das heißt, die EZB sieht das als eigenes Zahlungssystem, um selber eben die Hoheit über dieses Geld zu haben und nicht von anderen ausländischen Ländern abhängig zu sein. Weil wir heute ja doch schon sehr abhängig auch von den USA oder anderen Anbietern hier auf jeden Fall sind. Und das zweite Thema ist das Thema Resilienz. Da geht es im Endeffekt darum, dass wir heute viel Zahlungsmittel haben im digitalen Raum und die sind ja alle von Unternehmen des Privatsektors abhängig in der Fiat-Welt. Also Kreditkarten, Paypal, Banküberweisungen, das sind immer privatwirtschaftliche Unternehmen und da kann natürlich auch mal was schief gehen. Das heißt, es kann sein, wir hatten letztes Jahr den Fall, dass Payment-Terminals nicht funktioniert haben. Konnten einige Leute nicht zahlen. Natürlich ein Riesenproblem für Merchants und ein Riesenproblem für die Leute, die nicht zahlen können. Das heißt, man möchte mit dem digitalen Euro auch eine Infrastruktur schaffen, um einfach resilienter, widerstandsfähiger zu werden, damit der Zahlungsverkehrsmarkt im Allgemeinen eben noch besser funktionieren kann. Bei den beiden Punkten war jetzt nichts dabei zum Thema Kontrolle der Bürger. Ist natürlich auch was, wenn man ein solches Ziel verfolgen würde, würde man das natürlich nicht sich auf die Fahne schreiben. Das ist natürlich auch ganz klar. Deswegen muss man da natürlich deutlich genauer hinschauen. Und hier habe ich jetzt mal zwei Exemplare, zwei Memes mitgebracht, die man häufig auf LinkedIn, auf Twitter sehen, die im Endeffekt ja kolportieren, dass jetzt ein CBDC, ein digitaler Euro quasi morgen das Ende der Demokratie wäre, dass Regierungen uns an Ketten legen und dass man im Endeffekt hier das jetzt das letzte Stück auch in so eine Art Überwachungsstaat wäre. Warum? Hier wird typischerweise argumentiert, dass das eine Möglichkeit wäre, dass Zentralbanken, Regierungen auch Einsicht in die Finanzdaten von uns alle bekommen würden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man dann auch als Zentralbank oder als Regierung entscheiden kann, wofür die Leute ihr Geld ausgeben können. Also das ist dieses Thema programmierbares Geld. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, oh, man möchte als Zentralbank nicht, dass Leute zu einer Bitcoin-Konferenz kommen. Das heißt, wir lassen die Zahlung nicht durchgehen und das wäre natürlich freiheitlich natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Und das sind die zwei Kritikpunkte, die Hauptkritikpunkte, die hier in dem Space oft kommen. Und die würde ich mir gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir in das Thema Privatsphäre reingehen, dann muss man sich erst mal anschauen, was die EZB offiziell dazu sagt. Und hier ist ein Zitat von Fabio Panetta, der bei der EZB für das Thema verantwortlich ist. Und der sagt eben, dass die Schützen der Privatsphäre eben extrem essentiell ist für die EZB und dass man eben auch keine persönlichen Nutzerdaten sehen soll beim digitalen Euro. Also das heißt, wenn ich hier eine Zahlung an Peter oder jemanden schicke über den digitalen Euro, dann würde die EZB oder die Regierung nicht sehen, dass ich die Zahlung schicke. Das heißt, dieser Fall, sagt die EZB, will man in der Stelle nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, was die EZB sagt und was sie macht, ist sicherlich was anderes. Die hat in der Vergangenheit Zeug gemacht und das passt uns gar nicht. Fair Schritt weiter. Es ist beim digitalen Euro so, dass es für dieses ganze Thema einen rechtlichen Rahmen gibt. Also das heißt, wenn der digitale Euro kommt, dann kommt er nicht über Nacht, so wie sich die EZB das in ihren Kämmerchen ausgedacht hat, sondern die Politik schafft einen gesetzlichen Rahmen und in diesem Rahmen muss die EZB mit dem digitalen Euro quasi unterwegs sein. Was passiert hier konkret? Konkret wird gerade auf europäischer Ebene, das heißt von Kommission, Rat und Parlament, einen Gesetzgebungsvorschlag diskutiert, der im Endeffekt ganz genau definiert, was man mit dem digitalen Euro dürfen kann und was nicht. Das heißt, es ist nicht die Zentralbank, die am Ende einfach was umsetzt, was sie möchte, sondern es ist ein Vorschlag, den die Zentralbank gerade macht und jetzt gibt es unabhängig davon einen Gesetzesvorschlag auf EU-Ebene, der dann im Endeffekt sagt, was man darf und was man nicht darf. Das ist nur wichtig zu verstehen, die verschiedenen Player in dem Space hier. Und ein wichtiger Teil hier, den man in diesem Gesetzgebungsvorschlag, der vor ein paar Monaten rauskam, diskutiert hat und auch ganz klar festgeschrieben hat, sind zwei Dinge. Die eine Sache ist, dass wirklich nicht bei den digitalen Eurozahlungen die Zentralbank die Daten von den Zahlen denn sieht. Man kann sich das so vorstellen, es gibt quasi zwei Datenbanken. Einmal eine zwischen der Zentralbank und der Bank. Da steht dann zum Beispiel, die deutsche Bank hält zehn digitale Euro-Einheiten und dann gibt es noch eine Datenbank zwischen der Bank und dem Endkunden. Das heißt, da steht dann drin, okay, Alice hat zehn, ich halte zehn, Bob hält zehn. Das heißt, diese Infrastrukturen sind getrennt und es ist quasi in diesem Gesetzesvorschlag und dieses Gesetz, was dann kommt, wenn es in der Form kommt, so verankert, dass die EZB keinen Zugang auf die persönlichen Daten an der Stelle hat und so ein bisschen diesen Überwachungsstaatkritik zumindest in der aktuellen Phase dann natürlich widerspricht. Der zweite Punkt, was es geben soll, ist, es soll zwei Arten vom digitalen Euro geben. Einen online digitalen Euro und einen offline digitalen Euro. Ziemlich kompliziert, aus Produktperspektive weiß ich auch nicht, ob das am Ende wirklich sexy würde, um ehrlich zu sein, aber es ist eben so, man stellt sich das so vor, die online digitale Euro, der ist ähnlich wie heute, wenn wir mit Girard Geld zahlen. Also man lockt sich da irgendwo ein und man hat ähnliche Privatsphäre wie heute. Das heißt, die Banken sehen da schon, was passiert, aber eben nicht die Zentralbank. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit und das ist das Thema offline digitaler Euro. Das kann man sich so ein bisschen ähnlich wie Bargeld vorstellen. Man geht zum Beispiel zur Bank, holt sich Geld ab, zahlt sich das in ein anderes Gerät aus und alles, was danach passiert, kann eben keine Bank mehr sehen, wofür man Geld ausgibt. Also hier, wie gesagt, die Analogie zu Bargeld. Das heißt, ich hebe Bargeld ab, da weiß die Bank genau, wie viel Bargeld ich abgehoben habe und danach gehe ich dann mit mir vorne was kaufen, ab dann weiß man es nicht mehr. Und ein ähnliches Konzept soll es beim digitalen Euro dann an der Stelle auch geben, hinsichtlich der Privatsphäre. Also das ist so der aktuelle Stand, wo wir hier stehen. Also ich persönlich bin auch nicht so ganz überzeugt, dass das eine schöne User Experience wird und auch, dass der Use Case da ist für die Ausgestaltung, wie sie kommen soll. Aber das ist ein separates Thema und soll sicherlich jetzt nicht Fokus des Vortrags sein. Wenn man sich jetzt fragt, heißt das jetzt Friede, Freue, Eierkuchen, alles gut? Das auf jeden Fall nicht. Also es gibt sicherlich einige Herausforderungen und da stimme ich auch mit einigen Bitcoinern überein. Und zwar sind es für mich vor allem drei Kritikpunkte. Ein Kritikpunkt ist das Thema, die höhere Privatsphäre, die ich gerade beschrieben habe. Die bargeldähnliche Privatsphäre gibt es eben nur in diesen Offline-Zahlungen und die haben eine Grenze, ein Limit. Man weiß heute noch nicht, wie groß das Limit ist. Also das können 10 Euro sein, 100 Euro, 300, 500, vielleicht 1000, wer weiß. Aber es wird ein Limit geben. Das heißt, es ist beschränkt, diese höhere Privatsphäre, die vielleicht an die Privatsphäre von Bargeld sogar fast rankommt. Der zweite Punkt ist natürlich Worte, was es taten. Also jetzt kann man wieder sagen, naja, okay, die EZB sagt Privatsphäre ist wichtig, muss man nicht glauben. Jetzt schreiben die es ins Gesetz. Wer sagt, dass sie es wirklich machen? Auch hier, fairer Punkt. Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, wenn wir mit Politikern, mit Zentralbankern sprechen, die sehr auf das Thema Open Source pushen, dass man zumindest dann einen Teil des Codes oder einen Teil des Datenaustauschs wirklich mit den Leuten teilt, damit man weiß, was passiert. Don't trust, verify. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr weiter Weg für Zentralbanker, Banker in dem Sektor ist. Aber unsere Hoffnung ist einfach, wenn man das pusht und wenn da auch genug Gegenwind von der Bevölkerung kommt, und das Privatsphäre-Thema ist ja wirklich sehr, sehr heiß und heikel, dass man dann zumindest über so etwas nachdenkt, damit man sich auch wirklich sicher sein kann, welche Daten mit wem geteilt werden oder nicht. Und der dritte Punkt, und das ist aus meiner Sicht der kritischste Punkt, ist, selbst wenn das heute alles so kommt mit ein bisschen höherer Privatsphäre, die Zentralbank sieht nicht die Klardaten von den Zahlungen, wer garantiert mir, dass es in fünf bis zehn Jahren nicht anders ist? Dass irgendjemand anders an der Macht ist, der sagt, Privatsphäre mag ich nicht, Social Credit System finde ich vielleicht gar nicht schlecht, lasst uns das mal machen, also überspitzt gesagt natürlich. Und da ist es hier so, dass es nicht, und das ist wichtig zu verstehen, die Zentralbank machen kann, also es ist nicht die EZB, die über Nacht sagen kann, wie sie es ja bei geldpolitischen Entscheidungen tun kann. Wir schmeißen das Design über den Haufen. Also das ist wichtig zu verstehen, also in Anführungszeichen gute Nachricht. Was man aber auch ganz klar sagen muss, wer es am Ende entscheidet, ist die Politik. Also das heißt, es ist der europäische Gesetzgeber. Also es braucht dann quasi zu diesem Gesetz, was ich beschrieben habe, braucht es ein Änderungsgesetz, was dann wieder durch die EU-Organe geht. Also was ich damit sagen will, ist, es ist kein Prozess, der sehr schnell vonstatten geht und wo eine Zentralbank oder zwei Leute in der Zentralbank sagen können, wir machen das so. Aber es ist eben so, dass so ein Prozess schon kommen kann, wenn eben die ganze Politik, also Parlament, Rat und Kommission sich der Meinung sind, dass sowas jetzt der richtige Schritt wäre. Und das ist natürlich ein Kritikpunkt, der häufig auch von Bitcoinern kommt und den ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Das ist natürlich was, was wir nicht garantieren kann und dass man auch nicht weiß, wie sich das politische Spektrum verändert in den nächsten Jahren. Aber das ist einfach ein Fakt an der Stelle. Gut, um das Ganze kurz zusammenzufassen und abzurunden. Aus meiner Sicht und das persönliche Meinung wird der digitale Euro kommen. Das Thema ist inzwischen so politisch, dass ich nicht glaube, dass man da nochmal zurückgehen wird, auch wenn die EZB das bislang noch nicht entschieden hat, dass er wirklich kommt. Das wird bald noch entschieden. Ich würde erwarten, dass er so vielleicht 2026, 2027 kommt, weil da natürlich auch sehr viel jetzt der gerechtliche Rahmen noch finalisiert werden muss. Es müssen die Banken angebunden werden, es müssen die ganzen Händler angeboten werden, weil der digitale Euro eben offizielles Zahlungsmittel werden würde. Das heißt, man muss überall, wenn man in den Laden geht, die Möglichkeit haben können, damit zu zahlen, was natürlich aus Infrastruktur Gesichtspunkte eine extreme Herausforderung ist. Aber man weiß, wenn der digitale Euro kommt, wird er ein digitales Zahlungsmittel, allgemeines offizielles Zahlungsmittel werden und auch von Banken verteilt werden. Das ist heute soweit schon sicher. Es ist aber auch so, und das war die Folie mit den Herausforderungen rund um Datenschutz, dass eben wichtige Detailfragen rund um die Privatsphäre noch nicht geklärt sind. Also zum Beispiel, was wird jetzt nach außen gestellt? Wird etwas Open Source? Wie kann man sich sicher sein, dass gewisse Daten wirklich nicht geteilt werden? Und das ist natürlich was, das ist heute noch nicht beschlossen, noch nicht klar. Und das ist eben auch aus meiner Sicht der Grund, sich jetzt in die Diskussion auch einzubringen. Also das ist, warum auch ich oder warum wir auch von der Association und so weiter auf Politiker zugehen, mit Politiker sprechen, mit Vertretern der Zentralbank sprechen, weil man natürlich, um dieses Privatsphäre-Thema möglichst gut hinzubekommen, da natürlich auch den größten Support und Unterstützung braucht. Das heißt, da, wenn auch euch das Thema am Herzen liegt, bin ich ein großer Fan, das nicht einfach von Anfang abzulehnen und sagen, ist eine absolute Katastrophe. Man muss es ja nicht nutzen. Aber aus meiner Sicht ist es eben so, dass man jetzt als Gemeinschaft schon dafür kämpfen sollte, dass die Privatsphäre hier eben möglichst hoch sein wird. Und wir haben auch vorhin im vorherigen Vortrag etwas von Zero-Knowledge-Proofs gehört. Da haben wir auch vor zwei Jahren ein Konzept erarbeitet, wie man die Zero-Knowledge-Proofs auch für CBDCs einsetzen kann, wo einige Zentralbanken tatsächlich recht offen sind. Manche tatsächlich, die hier für uns eher wichtiger sind, leider weniger. Aber deswegen ist es für mich wirklich so ein kleiner Appell, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, es nicht komplett abzulehnen an der Stelle, sondern wirklich objektiv faktenbasiert darüber zu diskutieren und sich dann eben auch in die Diskussion mit einzubringen. Danke für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Applaus Applaus